um ich hab's aber inzwischen schon wieder etwas über Kontrolle das mit oben wird ja ich merke Prozent der Typ frühstückte oben genüsslich weiter oder sie oder ist ja das sind doch und so ist das dagegen ist verdammter Rassist weißt du verdammter Kultur Rassist wo ist sie hin da steht sie doch ich bin der Kurs sie ist runter sie ist am Mülltonne Obdachloser da ist was kaputt gegangen das wollte ich gar nicht schien wohl fest wichtiges gewesen zu sein hoffentlich ich mache nur wichtige Sachen kaputt bringst du jetzt wieder mit ja wir dann weitermachen in der Story jawohl es gibt eine Story vor allem verdammt schau mal was wir übersehen haben wir haben es ja nicht übersehen wenn du es gefunden hast was denn ja die Dinger ich weiß warum haben wir die nicht benutzt wären sie sinnvoll gewesen ja sicherlich als die alle ankamen naja kamen immer nur so zwei oder drei ja du musst hierher kommen ja ich habe mir noch eine Energy Drink gemacht Mama wollte immer hierher zurückkommen hä? aber sie hatte nie eine Chance achso das Lager ähm schweres Rohr Spaten Bessingring wir haben uns nach ihrem Tod hier niedergelassen die Insel hat ihm geholfen zu vergessen auch mein Herz liegt hier mein Gott Zombie ähm ok das oh mein Gott war eben übrigens kein Zombie oh mein Gott sondern ein Tibrianus oh mein Gott naja da gibt es also Unterschiede Urlaubsort um Nahrung, Medikamente und Waffen zu finden nimm Jinn mit und fahre zum Stadttunnel ok hast du Jinn dabei? äh bei mir steht ich soll mit Jinn reden hm Schwierigkeitsgrad sehr einfach Belohnung 5000 EP das ist gut ja let's do it I say we check out the church first anyone still alive would probably go there ah jetzt kommen wir in die Stadt cool ja wir kommen mal weiter so so nach der Scheiße eine Sache ist noch schlimmer als Frauen am Steuer Frauen als Beifahrer das auch ja ja vor allem bei dem Teil sieht man jetzt noch weniger als vorher ja das ist der Sinn der Sache ähm wie in Men in Black mit der Limousine oh ja 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 wir haben einen Aufglasfreund drin hä warum ist das ein weißer den schwarz mussten wir rausnehmen den haben die Polizisten im Eindruck haha haha oh ja der war gut haha 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 oh Mist falsche Abzweigung äh achso sooo jetzt gehts hier lang fahr zu James Lord Ebenborough erwartet mich zum sofort Sir zu Ihren Diensten Sir ich glaube Sir wir kommen jetzt sogar an den Tankstellen vorbei wo wir die Schalter vergessen haben Sir von und zu ist doch egal fahr er weiter wir haben einen Panzer wir haben einen Panzer wir haben einen Tank oh hoppala das war ein Bieber so ich spiegelen total gut ich mich wie wie Schnauze auf dem Rücksitz Meno im WM aber nicht sind wir schon da nein sind wir schon da nein ja ok Akt 2 BAM BAM Steam Achievement die Hölle im Paradies Kapitel 5 Gemischter Segen ein Tritt kann dir etwas Platz verschaffen Quark ein Tritt tötet alles alles was um uns drum steht wird niedergeknüppelt lade Morrisby wie wird das aus genau zur Filmsequenz epische Filmsequenz nie hab sie noch nie oh ii ok die Filmsequenz kommt dann im nächsten Part bei mir äh unruhig nein nichts beunruhigend toll du bist nicht da ja ja warum lädst du lange bei mir grad scheiße ähm deine Anwesenheit wäre zu begrüßen ja ich bin da und ich hab keine Filmsequenz ja das ist jetzt davon hä hier ist doch ja nix los na klar hoch hier die Leute brauchen Hilfe na und was interessiert mich das haben die Geld ja ok dann interessiert es mich äh y y y y hallo y au pass auf den auf ja gut dass du es mir sagst ok ah na komm schon komm schon ich will ein bisschen Schaden machen wofür es nachlässt bam du Arschloch lass mich durch mal ich ja toll der Gio hat die Glocke überhaupt angefangen stimmt der da brüllt die Gäste ha aufstieg los aufschnell oh sprich mit Mutter Helen das sind Überlebende machen wir hier die Türe zu ich die heißen sogar Überlebende makabre Inspiration nee der Schei der Typ heißt Ryan Ryan Roderick oder Howard Champion eine Frucht Energydrinks Riesensnacks Geld ey die haben Essen ey das sind Fundamentalisten ich glaub der Akt wird relativ kurz wir sollen doch nur Essen finden wir beklauen die einfach ich glaube so einfach wird das nicht ach warum immer alles kompliziert machen so wo ist jetzt die Olle da hinten gucke mal bete mich an was hätte es aber egal ne guck doch dient mir naja hm ich hab irgendwie Lust die Nulle zusammenzuschlagen schau siehste nein du arbeitest da wieder irgendwas die beten mich an ja ich bete dich auch gleich an so Achtung ich mach die Tür auf und du sturmst rein äh nein oh doch nein hua los go 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 feiern so go 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 alter alter was zur Hölle was war das denn für ne kranke Scheiße das war der Schock so ausmachen Bauplan Giftverteilung stell dir das Spiel mal mit Mass Effect Musik vor welcher Mistkerl hat mich gerade angeschrieben war bestimmt Mimia weißt du wenn du im Spiel bist dann kannst du dich in Skype wirklich auf beschäftigt stellen ja so ist es habe ich eigentlich hoffe ich zuverlässiger Streitkolben hohohoho so ich steig erstmal den Level auf und ich nehm mir jetzt mal Schlösser öffnen Stufe 3 dann kriegen wir jetzt immer alle Thronen auf brillant ja B um zum anderen Spieler zu reisen ja so äh neben Questen neben Questen neben Questen und Gamble mit oder he b heißt der Typ wirklichen Mugambe ja hier Mugambes Ehefrau und seine Tochter von ihrem Leid Erlöse Mugambes Ehefrau und seine Tochter von ihrem Leid das machen wir noch glatt okay dafür kriegen wir ne für eine schwere Pistole weißt du das würden wir sogar ohne Bezahlung machen hmm wahrscheinlich irgendwann durch Zufall Er hat Diabetes und ohne Insulin wird sie es nicht machen. Er ist ein Crack-Sohn. Poster aufhängen. Poster aufhängen. Kontrollpunkt. Ähm, so warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz rausgehen und mal bei Skype das, äh, richtig stellen. Boah, nervig. Ich mach hier mal kurz die Aufnahmen. Stopp. So, und weiter geht's. Komm mit, ich zeig dir, wo ein Fakt liegt. Hier ist noch ne Quest. Ja, aber der Fakt ist wichtiger, die Quest können wir immer noch annehmen. Ich frag mich ja, wer die Stadt geplündert hat, wenn die doch alle Zombies sind. Aber nur, wenn du versuchst, mir zu helfen. Denn es ist der Herrs Wille, dass du hier bist. Gestern verloren haben wir unsere Wasserstoffe. Zwei bravige Seelen sind heute Morgen, um die Pumpstation zu checken. Sie haben nicht zurückgekommen. Naja, guck dir doch die Nonne an. Die sieht schon so aus, als würde sie über Leichen gehen. Die hat die wahrscheinlich getötet und aufgegessen. Natürlich. So, wo ist jetzt der Fakt? Komm mit. Let me know when... It's over. What the fucking fact? Errungenschaft freigeschaltet, von jedem etwas. Ja. Vielen Dank. Schau mal. Meine Waffe. Was hast du getan? Gar nichts. Die Waffe habe ich so bekommen. Die hatte Mutter Helen. Wieso hatte die die Waffe? Weiß ich nicht. Wieso habe ich die Waffe nicht bekommen? Ich bin der Typ für schwere Waffen. Willst du sie haben? Naja, brauchst du sie? Ja. Dann nimm den Walzer. Nein, ich brauch sie nicht. Aber ernsthaft, warum habe ich die nicht gekriegt? Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Achso, das ist die Waffe. Das war der Streitkolben, oder was? Ja. Achso, ja, den habe ich auch. Wie sie dann? Reg dich dann nicht auf. Oh doch, ich reg mich auf. Warte mal, Lisa. Diese Leute können uns helfen. Das ist, wie es die Waffen von den Anerkrankungen gibt. So viele sind verletzt. Gut. Hör auf. Die Anerkrankungen können mehr gefährlich sein als die originalen Anerkrankungen. Das war's. Hast du noch Alkohol für die Tente? Nö. Toll. Wie viel will sie denn haben? Weiß nicht. Ist wahrscheinlich so ein Endlos-Quest. Kommst du raus aus der... Ich bin noch da. Ab in die Stadt. Ähm. M. Und... Esk. Ertruckene Hoffnung. Ähm. Kiteblütig. Machen wir Kiteblütig? Ähm. Erlöse Mugambes Ehefrau und seine Tochter. Jo, machen wir. Mugambe. Ist bestimmt so ein Asiate. Ja, natürlich. Kein Afrikaner. Asiate. Ja. Ist ein sehr asiatischer Name. Ja. Mugambe. Hehehe. 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 Fähig. Mugambe. Oder... Mugambi. Ja. Man kennt sie doch alle. Mubarak und so. Alles asiatische Diktatoren. Hm. Das waren die schlimmsten. Die Geräusche gefallen mir nicht. Ach Quark. Ist doch wundervoll. So ein dumpfes Gefühl der Bedrohung im Hintergrund. Ist doch immer was Tolles. Ja. So ganz unterschwellig. Die hat nen Rock an. Weiß nicht. Irgendwie gefiel es mir am Strand besser. Ja. Da warst du irgendwie schöner. Äh. Wie die hier aussehen. Ähm. Hast du Y voll? Nein. Habe ich für den Dicken gebraucht. Schade. Weil da ist ziemlich viel. Okay. Ähm. Irgendwie versuchen mal unsere Y, unsere Wut voll zu bekommen. Eber dahin gehen.